Hey Urs, wie geht's? Lange nicht gesehen. Ach, frag nicht. Ich frag aber. Das willst du nicht wissen. Woher willst du das wissen? Okay, Klartext, sie haben ja die Dingsbums abgeschnitten. Die haben ja was? Die aus der Finanzabteilung haben ja praktisch alle Kompetenzen gestrichen. Hm. Und wer steckt dahinter? Christoph, mein neuer Assistent, fantasieloser Bürokrat, Muttersöhnchen, hat sich bei Gabi, die Chefin, erfolgreich eingeschleimt, ist jetzt Budgetchef. Also mein Bedauern, ja. Aber mal ganz ehrlich, bislang konnte es dir noch keiner recht machen, keiner deiner Assistenten, egal, ganz egal, wem man dir zur Seite stellt. Es hat halt auch keiner mein Format. Ich musste die rausschmeißen, egal wer es war. Kann es sein, dass du ein ganz klein bisschen eitel bist? Keineswegs. Meine genialen Ideen. Ja, kann halt keiner das Wasser reichen. Aber musst du deshalb jedes deiner Projekte gegen die Wand fahren? Ich bin halt experimentell und spontan, innovativ, kreativ. Ja, und wer kommt denn da mit dir klar? Also mal ganz ehrlich, ja? Ja, ich bin jetzt zwar finanziell kastriert, aber als Muse dient mir jetzt die Antje. Oh. Deine neue Assistentin? Meine neue Freundin, die vergöttert mich, die himmelt mich an. Echt? Also für die bist du der Himmel wie der alte Uranus? Hm, du sagst es.